Musik Hallo Freundeskalen YouTube Sports, willkommen hier bei Dead by Daydove Aus der nächsten Runde, hoffentlich bleibt das mit der Webcam jetzt Und ja, der Alp hat natürlich noch nie die Klinik betreten Das ist ja auch seine Opferkabel, die er drin hat, richtig? Richtig Und ich habe natürlich dagegen gehalten, was er nicht weiß, was er jetzt lesen wird Mal gucken, was wir kriegen Entweder die Zuflucht, besonders das Krankenhaus, besonders die Klinik Oder wir kriegen die Kronos-Krempf-Zuflucht Ja, das ist ein richtig geiler Name, ist da Herrlich Geht's los, geht's los, na komm schon, na Wer will nochmal, wer hat noch nicht eine Reden rückwärts für 5 Mark Ja, und ich begrüße noch alle, die jetzt gerade beim Virus im Video zugucken Und ich begrüße die Leute in meinem Stream nochmal Weil das Ganze wird jetzt außenweise mal live übertragen Und wir haben die Klinik Nee, der hat auch noch der Scheiß-Ding durchsetzen können Virus bitte an die 3 Virus bitte Oh, der Slayer YouTube-Verkrechn ist brennt, weil er wahrscheinlich die Möp nicht richtig geladen kriegt Das zum Thema, bitte an die 3 Die 3 von... Virus bitte im OP melden, Virus bitte Ich bin gerade Rezeption, aber jetzt keiner Ach, okay Dann hat's ein Alp erwischt Ja, das ist äußerst interessant Oh man, das kann ja was werden Oh, hau ab Ja, ich sitze hinter der Wand, ey Ist ja gut, ist ja gut Ja, ich will Generator, sonst wären wir ja nicht fertig, ey Muss mich hier erstmal zurechtfinden Das sind genug Fenster und Türen da Muss einfach nur noch rauslaufen Warum ist jetzt die Krähe abgehauen? Die andere da hinten, die sitzt noch da Die da hinten auch, nur die hinter mir nicht Ach, Mann Läuft bei dir, Albo Albo, Albo So Sehr schön, Hohohohoho Bitteschön Ich hör den Elektroschock, Dings Ja, und ich bin auch ganz in der Nähe von dem Elektroschutz Und jetzt weiß er auch genau, wo ich bin So, Generator fertig Ja, ich bin auch noch direkt in die Arme Ja, du mich auch Alp ist in der Nähe, ja Lass mich Das ist ein böser Doktor Ich habe Angst vor Spritzen Also ziemlich weit weg von mir Ja, beim Einen der Ausgänge Quatsch Ähm Notausgänge Erschildern Sind wir noch bei mir? Tja, falls ihr das gerade gehört haben solltet Es hat gerade richtig geknallt Also bei mir steht Gewitter an Er ist bei mir Er ist bei mir Ja Sage ich doch Anstatt dass du den Holi da, ne? Vom Haken holen Mach er lieber einen Generator da hin Mach er lieber einen Generator Gleich fertig, Mensch Oh, ich muss kämpfen Ja, ja Sehr schön So, ich renne jetzt mal zum Holi Lenken du ab In die Richtung, wo ich den Generator gemacht habe Wo habe ich einen Holi so schnell So Hallo Doktor Ich bin auch ganz lieb Ich nehme immer meine Tabletten Und so Und, und, und Aber nicht bitte wieder ein Zäpfchen Ah Holi Ich hoffe ich komme rechtzeitig Er läuft Er kommt Los Mensch, kann ich hexen Los kommt Du bist doch sonst immer hier Der Coolste und so Sackgasse Willst mich verarschen Also Macht nichts Wenn es schnell geht Hallo Ich hänge hier Ja Nur die Ruhe Ja Ruhe, Ruhe, Ruhe Weißt du? Wenn ich den Holi die ganze Zeit Bei mir führe, ja Der verrät unsere Position Wenn er nicht aufhört zu holen Also muss ich was dagegen unternehmen Dann haut ihn eine, dass er liegt Halt die Schnauze Er ist bei mir Ich lenke ihn erstmal ab Holi Ja, Holi, lauf weiter Ähm Ich will nicht sagen Aber Macht nichts so schräg Holi, komm Komm, Holi Hol ihn dir, Holi Zeig ihm, was du kannst Komm, zieh durch Oh nein, lauf doch Du blöder Otto, ey Danke Kannst du mich mal hier so ein bisschen so Bist du verrückt, wenn er jetzt wieder zurückkommt Ja, wenn, wenn Ich habe ihn losgeworden Macht aber nichts, wenn er mich nicht findet Ich bin bei einem der Ausgänge draußen Oh Na, der Palette kaputt gemacht Nein Ah Der Scheiße Ich bin in die falsche Richtung gelaufen Aber der hat ja sowieso nachgeguckt Und so schnell habe ich jetzt auch nicht reagiert Ich dachte, der läuft hinten rum Wo ist denn hier ein Generator? Hier ist ein Haken Hier ist ein Generator Er ist hinter mir weg Da kommt gerade einer auf mich zu Also in der Nähe muss der Killer gelaufen sein Herzklopfen wieder Er ist da Er geht jetzt rechts weg In die Richtung In die Richtung Da kommt gerade einer Achtung, Oli Könntest du sein da Von der Figur her Von dem Charakter Der Spielfigur Bist du das, glaube ich, ne? Der gerade hockt Einfach natürlich Der scheiß Generator Weiter, der Drecksack Und weißt du warum? Naja, Rache Sauerkraut Nächstes Mal lass ich dich hängen Immer Ich hol dich nochmal vom Haken Ach, scheiße Oh, scheiße Scheiße, Sackers, ey, das ist gemein Du Drecksack, du Ehliniger Feigling, ey Und ich bin weg Wie, du bist weg Ich bin tot Warum? Darum Das ist doch scheiße, sowas Oh, holly, ey Tja Jetzt wird es schwer, noch einen Generator zu finden Ah, ich habe einen Generator Ich habe einen Generator Ich könnte jetzt gerade den Arsch schweißen Ich hatte ein nagelneues Teil und einen Werkzeugkasten Ich hätte einen Generator springen lassen können Ich hatte gerade Herzkastfeier Habe ich gerade bei mir Wenn ihr die Chance habt, zu der Stelle hinzugehen, wo ich gestorben bin Dann holt ihr euch den Werkzeugkasten, bitte Pst Holy, gerade mal Wo bist du denn gestorben? Da, wo der Virus letztes Gang ist Vielleicht liegt das Teil da auch noch da Ja, für später, Terror, Mietz, Mietz Dana Er hat mal einen Generator getreten Versuche, dass du so lange wie möglich hineinhalten kannst Da kann ich ein Generator fertig machen Scheiße, das habe ich knallen lassen Ist er noch hinter dir her? Mhm Jetzt nicht mehr Nachbohr Oh, scheiße Oh mein Gott, war das dumm Direkt neben Haar Direkt neben Haar Boah, nee Und tot No, Virus, no Scheiße Okay, okay, Sam, Raffa-Virus Ja, der steht direkt an der Luke Ja, ich habe es doch hingekommen Oh, scheiße, Alka Boah, ey So viel Schwein muss man das mal haben, ey Das konnte ich ja selber nicht, das ist so Wuuu, so Boah Das war jetzt Tja, so nah muss man auch alles mal haben Gestern hat eine, äh, und ich behaupte, der Grundrat Adenauer oder sehen nicht Bei meinem Stream Er hat jetzt auf jeden Fall geantwortet Ja, genau Der hat geschrieben Ich bin der echte Konrad Adenauer Oh nein, nicht die Brille, oh Oh nein Alp, ich dachte, du wolltest die rausnehmen Hab ich doch Naja, du hast auch schon mehrere davon Ich habe die rausgenommen Hahahaha Ich war es auch nicht Ich habe extra Coldwind vor Abend gemacht Die, die, die Die, 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 die Weeee Da, 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 da Blomm, 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 blomm Blomm, blomm Blomm, blomm, blomm Traber Sie, wenn Sie alle Loten sehen wollen, mit Ihnen De, die, die ich freue mich wie schnitzel ja ja so ist das jetzt mal fertig einer hat wieder eine schlechte leidung wahrscheinlich der killer das werden wir glaube ich wohl nicht erfahren so bei mir so denken genji alle ja ja nicht so laut was so laut dahinten steht alb glaube ich jetzt duckt er sich da kommt einer aus der hütte geklettert das ist der feinsteller ok naja stellte vom generator eine falle auf generator fertig in 321 mutter doch daher war scheiße er ist aber nicht doof er redet um die Paletten rum der Typ nervt alter nein ihr versteckt sich alle im Schrank guck doch er bringt mich oben er hat sofort drecksack darf ich schon noch mal das war eine kurze runde für den virus sauer und blöder holi versteckt immer noch im Schrank dass das funktionierte wow Alp ist im Haus und kriegt jetzt drinnen rum elb ihn jetzt auf du bist nicht tot elb dich auf und bring dich im Keller ich will aber nicht im Keller hängen zu spät der Killer guckt sich hier unten um und kämmt mich ab er baut jetzt unten an der letzten Stufe eine Falle auf und geht jetzt hoch Alp versucht sich zu befreien ist halt ein Vogel anstatt dass er die Leute Zeit lässt an sich heranzukommen nein 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 der Steuerberater hat jetzt gesehen wo du warst aber macht niemand tot und kaputt anstatt zu dir zu laufen oh die hat jetzt den Generator fertig gemacht das ist schön der Killer geht jetzt ach der kämmt oben am Haus ab oder was ne ist es auf dem Hügel ja hab ich schon gesehen ja hab ich schon gesehen unten ist ne Falle auf der linken Seite der Streppe kann leider nicht zu dir der hat mich schon äh verwickelt ja die macht dann Generator die du bist tot von daher oh scheiße steuerberater hat abgelassen vom Generator läuft jetzt einfach durch die Gegend um was zu suchen wahrscheinlich die Luke oder will dich beobachten ich weiß es nicht er sucht die Luke sieht zumindest so aus ja ja komm bring mich auch um ne wahrscheinlich hat er nur den Perk wo er es einmal einsetzen kann ja John aber besonders intelligenter Feinsteller ist er nicht ja was würde das mich ins God auf die Falle setzen ich habe einen Holy runtergeholt, aber den Alp hat er hängen lassen. Das Versteck ist da nicht mehr sicher. Das kennen die meisten Killer schon. Oder die meisten Mitspieler, sagen wir es mal so. Ja, sehr clever. Ich halte mich immer so, Virus. Ist leider so, Holy. Ich darf doch noch sagen, was ich denke. Die dreht sich nicht mal um, ey. So lange war ich. Ich bin weg. Nee, bisschen nicht. Du hängst noch gut. Okay, das war jetzt ein Anzeigefehler. Ja, stattdessen, dass ich mal zu mir herkomme. Ja, der Killer steht links neben ihr auf dem Hügel direkt. Also, ähm, ne? Und beobachtet dich von da aus. Das wäre, wenn sie rüberlaufen würde, würde er sofort kommen. Jetzt tritt er den Generator, wo sie dran war, kaputt. Beim Bus. Da ist die Luke. Dreck hinter, hinter ihm ist die Luke aufgegangen. Ja. Ja, läuft. Christoph, das war mal eine ziemlich gute, coole, ach, das war auf den Arsch. Aber, ja, sehr interessant. Was ab dir, ja. Wie ich dir gesagt habe, Moroni, ne? Er hat oben auf dem Hügel gestanden und, ja. Ja, Freunde, wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da. Wenn nicht, auch gut. Ich kenn's ja nicht anders. Äh, 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 äh. Ja, das ist auch mal eine Runde, wie ihr seht, ne? Kannst aber ziemlich, äh, krass, äh, zugehen, ja. Also, ich bedanke mich einfach bei meinen Freunden jetzt hier und sag dann mal bis zum nächsten Mal und danke. Ciao mit V. Ciao, jo. Ciao, tschö.